Spüle. Warum machst du denn sowas? Bis zum Fleischgeld runter, bis zum Fleischklubs rauskommen. Mmmh lecker. Oh geil. Das will ich ja gar nicht. Ah. So, nein. So. Wien haben wir denn? Steven. Steven Brown. Steven. Der Stevie. Der Stevie Brown. Der Stevie Brown. Oh, Türe. Das war doch gerade eine Türe, oder? Mich kommt das in die Küche was weggeworfen, oder? Haben wir Tarotkarten? Ja, wir haben Tarotkarten. Wo, wo? In dem Couchtisch, glaube ich. Hehe, meine. Soll ich schon? Na, na, na. Chill, chill, chill. Oh. Oh. Hehe. Kannst nicht nur froh sein, dass wir die Tarotkarten haben. Hehe. Gib uns ein Zeichen. Nicht wieder die Puppe, oder so. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Ich hab doch keinen Knochen gesehen, du. Äh, ich hab nicht geschaut. Oh, ich hab ihn gefunden. Wo ist er? Hab ihn. Tada. Äh, in der Garage. In der Garage. In der Garage. In der Garage? In der Garage. Oh, da kann man sich nicht... Gib uns ein Zeichen. Ist halt gar nix hier. Oh, es war ne Türe. Definitiv. Wie ich reinkommen bin, war es ne Türe. Ja, irgendwas hab ich gehört, ja. Aber ich weiß nicht, was das war. Im Keller war ich noch nicht, ne? Nee, im Keller war ich noch. Im Keller war ich, aber da ist nix. Also. Gib mir ein Zeichen. Also sehr schüchtern jetzt gerade hier, oder? Warte mal. Pass auf. Wir machen jetzt einfach eines. Ich geh mal raus. Vielleicht tut sich dann was. Ja, mach mal. Mach mal. Mach du mal. Was ist denn? Haben die Tür? Nein. Ich dachte, du musst nur was zurückhalten. Nee. Ich geh einfach raus einmal. Was hab ich gehört? Ne? Siehst du? Weiß aber nicht wo. Eine Türe, oder? Ah. 3er hier am PC. Ah. Dann war das die Türe. Ich hab's die Pflicht angemacht, glaub ich. Oh. Ich glaub gefriert, oder? Ich glaub auch. Ich glaub ich hab's... Ja, wir haben gefriert. Ja. Ich mach mal Licht an. Strohkasten da. Tür? Ja, bitte die Türe. Also ich glaub Fingertipps können wir ausschließen. Und keine Fingis? Keine Fingertipps nun. Ja, 65% passt. Bewegen's an seinem Kruzifix. Da kann man nämlich schon mal mit. Na, den Kruzifix nehm ich mit, als nächstes. Äh. Ich hab auch einen mit. Ah ne, du hast mir den geklaut. Von der Nase hast du den geklaut. Glauben wir geht los. Äh, nur ich sprech hiermit. Tja. Wer's kann, der kann's? Chris. Hast du... Wo bist du? Ach so. Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Bist du erwachsen? Der ist grad mit dir vorbeigelaufen. Wo bist du? Was willst du? Sprich nicht fehlen. Ich will dich. Dich will ich. Leckermolchen. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele hast du schon drinnen und ich habe die dotz in der hand nämlich die frühe haben wir schon m5 ob es raus kann dass die geilen zwillinge sein die twins aber schöne twins die hot twins dort kann das kann auch sein ohne noch ein buch mit ich mache mal die tarot karten ja mach mal ein bisschen action das spielt mit legt hand der der hand ja da haben wir jetzt zwei kurze wechsel ich rein geworfen habe ja ich glaube ich habe das nicht gesehen Sobald? Mhm. 50% schon am Handen. Also Shade können wir ausschließen. Ein Gin auch? Uni oder Zwillinge, glaube ich. Gut, man muss auch dazu sagen, ich habe gleich Death gehabt als Erster. Achso, okay. Ja gut. Das ist dann halt was anderes. Ja, es ist was anderes. Was sagt man da schon? Was sagt meine Sanity? 50. Ja, ich habe 50. Genau. Ach, kann ja eh nicht so hin, ob es raus. Mach ich aber noch einen hinten. Gengis? Nee. Nix mit Fingis? Auf alle Fälle irgendwo eine Türe angriffen. Das habe ich gehört. Aber wenn da keine Fingis sind, dann... Ich sehe keine Fingis. Nö. Ich habe mir ins Ohr geschlabbert. Ich habe es gehört. Also, Finger können wir aus... Also, Shin definitiv nicht. Ich habe keine Dots. Doch ein Schild? Eine Schade. Eine Schade. Weil, äh... Ich bin sowas von tot. Der hat bis jetzt eigentlich... Ich bin sowas von tot. Der hat bis jetzt eigentlich noch nicht gejagt, ne? Ich bin sowas von tot. Außer mit seinen Tarotkarten. Und Shade jagt ab 37%, wo wir jetzt gerade, glaube ich, sind. Ich komme mit rein. Angst. Wow. Nein. Ach, du Scheiße. Nein. Der ist in mir gespawnt. Der ist in mir gespawnt. Nein. Ich glaube es nicht. Really? Geil. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ja, der hat ein Buch geschrieben. Das ist ein Shade. Ich konnte nur nicht mal ein Räucherstäbchen anzünden. Ich habe die Räucherstäbchen sogar mitgenommen. Da kannst du keinem erzählen. Oh Gott. Ach, cool. Wahnsinn. Sorry, Chris. Ja, kannst du nix hier? Warum spawst du denn da hinten? Ach, geil. Scheiße. Ich muss dich ein bisschen leiser machen. Ach, geil. Warum spawnt er denn da hinten? Oh, das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Ach, geil. Oh, schönes Foto von meinem toten Körper. Die Wand. Die Wand. Ah ja, die Wand. Geil. Sieht schon mal ready, oder? Nein, das sind... Oh, oh, da ist was. Scheiße. No, ich habe die Kamera vergessen. Ich trottel. Oh, hier liegt doch eine. Nein, die ist leer. Oh, na. Hier ist voll Lasershow hier gerade. Ich weiß. Ghost of trucks, oder? Nein. Oh, Gott. Echt jetzt? Oh, hab ihn. Ja, sei doch. So, was ist jetzt mit dem Pruzifix? Das haben wir auch noch nicht, ne? Nee. Ach Gott, wo sind denn die Tarotkarten? Er legt noch ein kurzer Fix hier vorne bei meiner Leiche hin. Verstehe ich gar nicht. Wenn die Tarotkarten hinkommen, dann... Wahnsinn. Spawnt er in mir drin, ey. Oh Gott, ne, oder? Strom abgedreht, oder was? Hm. Die HD. Ach, jetzt spawnt er hier in dem Zimmer. Sieht schon lustig aus, ne? Keller? Hm. Back? Nee. Jetzt ist es vorbei. Ah, danke. Aber immer noch nicht gewillt. Oh ja, jetzt sollte es funktioniert haben. Ah, jetzt, ja. Passt. Tschüss. Sehr schön. Nimm mich mit, lass mich rein. Du bist da. Bin da. Du musst noch einloggen. Was haben wir zum Shade, gell? Eine Shade. Eine Shade. Du bist da, Alter. Du bist gestorben. Du bist schlecht. Von dem Shade, Alter. Von dem Shade. Ja, das stimmt eigentlich. Es ist eigentlich gut traurig. Ja. Ah. Haben wir die eigentliche Mimik rausgenommen. Wahnsinn. Ja. 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 Ja.